Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hunsgrab und wir stehen hier vor Igors Bordstube kurz vor Sonnenuntergang, die ich jetzt soweit fertig habe bis auf eine Kleinigkeit. Wir gehen mal rein, hier ist der Verkaufstresen von Igor, hier oben gibt es rote Beete ohne Ende, Teller sind glaube ich hier unten irgendwo drin, ich weiß es nicht genau. Hier ist so eine kleine Ecke für Igor, dass er sich abends mal auch zur Ruhe legen kann, wenn die Kundschaft lange lange schon wieder weg ist und wir wollen natürlich heute auch den Borchkessel noch auffüllen. Das hat nämlich die Sonnenstern 22 gesagt, der Borchkessel ist ja noch leer, da ist ja überhaupt kein Wasser drin, das ist absolut richtig, das müssen wir noch machen. Das machen wir noch und wir müssen auch noch einen Wasserzulauf legen, ist mir aufgefallen. Hatte ich auch in der letzten Folge schon erwähnt. Das heißt wir hauen hier ganz kurz aufgefangen, das mal weg, füllen den Kessel mit Wasser und dann machen wir hier wieder schön die Kette dran und da oben ist jetzt auch ein Schild dran und hier sind ein paar Tische, dass sich die Leute schön hinsetzen können ihren Borch essen und hier sind Schalen und Samen und überhaupt Samen gar nicht. Aber die müssen wir gleich noch ernten und es wird Nacht und wir gehen schlafen Senorita und hier war gestern Zombieangriff als ich auf den Server gekommen bin und deshalb ist da noch ein bisschen das Zuckerrohr abgebrochen. In dieser Folge, heute ist ja Freitag, heute ist Freitag, ne, heute ist Donnerstag. In dieser Folge werde ich nun verkünden, wer die drei sind, wer die, der Rat der drei, wer die drei sind, die dort dann ihr Wort verkünden sozusagen im Rat der drei. Hier ist so ein durchsichtiger, wie nennt man das eigentlich? Das hat auch einen Namen, naja, ist egal. Aber vorher müssen wir noch eins machen, bevor wir den Rat der drei dann verkünden. Wir müssen ein wenig noch, warte, wir haben hier noch 64 hiervon, dann nehmen wir die noch mit. Genau, Werkbank haben wir da, alles klar. Und dann machen wir mal einen auf den hier, damit können wir nämlich diesen schönen Stein machen. Und daraus machen wir uns eine Pumpstation, eine Pumpstation, die soll hier hin, wo das Wasser dann hochgepumpt wird. Ich würde sagen, die soll dann ungefähr so hier dran gehen, die Pumpstation. Äh, ne, nicht da, sondern da, genau. Alles so ein bisschen asymmetrisch, weil es ist ja hier auch, wir sind ja hier mitten im Sumpf, ne. Ist ja klar. So, haben wir hier einmal. So. Dann hätten wir hier, äh, wahrscheinlich den hier. Zack. Und zack und zack. Ich überlege, ich überlege. Ich müsste das eigentlich sogar noch einen höher machen. So und so. Genau. Und, äh, hier müssten dann die, hier müsste eine Stufe rein, genau. Und hier müsste ein Pumpbecken rein. Hier müsste ein Pumpbecken rein. Und die Katze ist gerade am rummehren, weil, äh, aus folgendem Grunde, die nämlich eingesperrt ist gerade hier. Aber nur kurz. Du kommst gleich wieder raus. Ah, ne. Jetzt kann sie schon wieder raus. Die hat rumgemeckert. Alles klar. Die Katze ist nicht mehr eingesperrt. Ihr könnt, äh, alle Tierschützer, ihr könnt euch wieder beruhigen. So, wir machen jetzt hier so einen kleinen Kessel, äh, Bereichen, wo das Wasser dann hochgepumpt wird. Das hieß ja, wir müssen das hier so machen. Dann ist hier natürlich, äh, wahrscheinlich Moos gewachsen. Zack. Hier einmal rum. So ziemlich grob. Hier kommt noch Kesselbereich hin. Das können wir hier hinten aber auch so machen. Theoretisch. Dann können wir hier zwei Stufen hinsetzen. Und hier oben muss ja das Becken hin. Genau. Hier oben muss das Becken hin. Machen wir erst mal so. Den hier. Jetzt muss das Wasser hier hochgepumpt werden. Bis hier oben hin. Dafür müssen wir natürlich noch einen Pumpenraum ansetzen. Äh, irgendeine Pumpenmechanik. Das machen wir dann gleich noch zusammen. Und dann läuft das nämlich dann hier lang. Zack. Hier wird's hochgepumpt, das Wasser. Und läuft dann da ins, äh, Becken rein. Ne? Ganz klar. Hier sieht man's ja auch. Und hier müssten natürlich eigentlich dann noch Stufen hin. Das können wir auch machen. Äh, da oben wahrscheinlich, ja, da müssten wahrscheinlich so Doppel, äh, Doppeldecker, würde ich schon sagen. Das stimmt ja gar nicht. Sind ja gar keine Doppeldecker. Doppeldecker sind Flugzeuge. Äh, das weiß doch jedes Kind. Und kann man hieraus auch? Ich glaube nein, ne? Nein. Ich glaube nein. Schade. Äh, aber kommt vielleicht irgendwann nochmal. Minecraft wird ja noch weiterentwickelt. Ist ja mal nicht so. Der Gott Mojang ist noch kein vergangener Gott. Er ist immer noch ein Gott, ein aktueller Gott. Der immer noch ein aktiver Gott. Ist ja wie beim Vulkan. Da sagt man auch aktiver Vulkan. Und, äh, Mojang ist immer noch ein aktiver Gott. Und da kann auch einiges kommen. Wer weiß, was Minecraft noch bringt. So in den nächsten Jahrzehnten. Ich hoffe, es gibt's noch so lange in das Spiel. Äh, was machen wir denn sonst? Da müssen wir immer in der alten Minecraft-Version bleiben. Und sind dann die ewig gestrigen. Das wollen wir ja auch nicht. Deshalb machen wir jetzt hier und dort. So, und dann kann das Wasser jetzt schön reinlaufen. Ähm, aus der Pumpstation. Jetzt müsste hier natürlich noch irgendwie so ein Pumphebel hin. Mh, der das Ganze hochpumpt. Und da könnte man das so machen. Äh, dass man jetzt sagt. Man macht das hier, mauert man es erstmal aus dem Stein weiter. Dann noch einer oben drauf. So. Dann macht man hier und hier. Ups. Wir müssen aufpassen, dass nicht zu groß wird, das Ganze. So und so. Genau. Jetzt müssen wir uns Fichtenholz holen. Ich hoffe, wir haben Fichtenholz da. Eieiei, Fichtenholz ist ja etwas sehr Seltenes. Gerade hier. Aber ich weiß, wo Fichtenholz ist. Also alle dranbleiben, ne? Wegen, äh, der Aktion noch mit dem... Mh, mit dem Rater 3. Das wird erst am Anfang der... Am Ende der Folge. Am Anfang. Haha, hab ich am Anfang der Folge gesagt. Nein, am Ende der Folge wird das aufgelöst. Haben wir hier vielleicht noch? Ich hab immer die... Da, die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie ist gerade gestorben. Das ist nämlich viel zu wenig. Hier diese Paar. Das ist, äh, Fichtiholz. Fichtenholz. Wunderbar. Äh, dann machen wir uns gleich mal ein bisschen was von. Wir brauchen gar nicht so viel. So, 64. Wir nehmen das mal mit. Ich bring das auch wieder zurück. Wir bringen alles wieder zurück. So, da aus dem Fichtenholz soll nämlich jetzt der Hebel werden, der das Wasser hier hochpumpt. Ganz klar. Ups, jetzt bin ich hier reingefallen. Naja. Acht auf deinen ersten Schritt, denn er ist meistens ein Reinfall. So, jetzt muss hier aus Fichtenholz nämlich der Pümpel noch drauf, der das hochpumpt. So, zack. Und, äh, zack. Ja, da muss ich mal von hinten rangehen. Wahrscheinlich. So. Ähm, da komme ich so nicht dran. Das ist unmöglich. Kommen wir dann irgendwie hoch? Wir können natürlich folgendes machen. Wir können den hier nochmal wegnehmen. Ganz kurz. Zack. So, jetzt packen wir den wieder hin. Da hatten wir, glaube ich, einen glatten genommen. Ja, genau. Und jetzt kommt hier nämlich ein großer Hebel dran, der den Hebel zieht. Eins, zwei, drei, vier. Ähm, genau. Und da kommt noch ein Gewicht dran. Das ist der Hebel. Äh, der pumpt das dann hoch und runter. Da geht dann so, äh, dieses Ding hier hoch und runter. Ne, wisst ihr ja schon. Ihr wisst doch, wie es gebaut wird. Man könnte natürlich auch hier unten, damit es noch ein bisschen realistischer aussieht. Es ist ja eher doch Zierrad, was wir hier bauen. Äh, könnte man hier unten noch eine Stufe reinsetzen. So. So, dann machen wir uns nochmal eine Platte. Haben wir nämlich vier Stufen und vier Platten. Damit kann man immer ganz schön so kleine Details noch machen, finde ich. Und ein paar Ketten brauchen wir noch. Nicht Parkett. Ein paar Ketten. So, ein paar Ketten. Äh, äh. Was haben wir hier? Weißt du, das sind keine Ketten, das sind Blöcke. Von wegen. Zack. Das sind Ketten, seht ihr. Ein paar Ketten. An den Hebel. So, dann kann man nämlich jetzt hier sagen. Hier kommt eine Stufe dran. Passt mal auf. Das Ding kommt mal weg. Und hier kommt jetzt eine Stufe dran. So, da hat man nämlich hier den Pümpel. Ne, der ist hochpumpft, wenn man das runterdrückt. Ja, ihr wisst, wie ich meine. Ihr habt so viel Fantasie. Ich weiß es. Ihr seid sehr fantasievoll. Ich mache jetzt hier nochmal ganz kurz einen Block hin. Den nehme ich hinterher wieder weg. So, und dann könnte man hier noch, ähm, zum Beispiel hier oben drauf, wo die Achse sozusagen ist. Da könnte man jetzt noch einen Block hinsetzen. So, ne. Der Block kommt wieder weg, hatte ich ja gesagt. Und, äh, das halte ich auch, was ich sage. Ähm, aber hier müsste wahrscheinlich noch eine Stufe hin, genau. Hier müsste noch eine Stufe hin. Weil hier ist ja das Gelenk. Zack. Und der müsste weg. Da müsste auch eine Stufe hin. Das sieht hinterher noch irgendwas aus. Keine Angst. Ich hoffe. Ich hoffe sehr. So, genau. Ähm, dann kommt hier... Ach, der Block kommt weg, ne. Hat man immer gesagt. Da könnten wir aber... Der Block muss weg. Hier könnte man eine Stufe hinsetzen, genau. Setzen wir hier jetzt noch eine Stufe hin. So. Zack. Und zack. Ja. So sieht das schon sehr technisch aus, das Ganze. Und hier hinten kommt jetzt ein Seil dran. Ach so, Vorsicht. Ein Seil. Das darf nicht allzu lang sein. Man könnte auch noch, äh, ganz kurz. Naja, warte mal. Hier kommt ein Seil dran. Zack. Zack. Und an das Seil kommt ein Gesicht, äh, Gewicht, meine ich. So, dann nehmen wir das hier. Da kommt ein Gewicht dran. Das kann auch ruhig ein bisschen vergammelt sein. Na, komm schon. Ah, jetzt geht das wieder los. So. Gewicht. Ans Seil. Und schon haben wir unsere Pumpstation. Eine Pumpstation, die das Wasser von unten hier hochpumpt. Jetzt müssen wir noch einmal ernten. Und dann sind wir durch. Und dann geht es zum 3M-Landpalast. Und dann wird nämlich verkündet, äh, wer die, ähm, die glücklichen 3 sind, die, ähm, den Rat der 3 stellen. Der Rat der 3 wird ja, ich weiß, ich habe das schon hundertmal gesagt, aber ich sage es einfach nochmal, weil es so schön ist. Ähm, der Rat der 3 ist voll wahlberechtigt. Bei der schon bald folgenden Wahl. Das heißt, das nächste Wahl-Special wird dann keiner, werden keine Namen mehr sein oder ähnliches. Das werden dann schon die, ähm, von der Community, das heißt von den Kandidaten gebauten Schenken sein. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Sobald ich Zeit habe, das aufzunehmen, werde ich das machen. Aber ich will das auch im gebührenden Rahmen machen. Will mir auch genug Zeit damit lassen. Dann stelle ich die Schenken vor. Ähm, und dann ist auch schon die Wahl. Und dann kriegen die Leute aus dem 3-Elben-Land, sowie auch die, ähm, 3 aus vom Rat der 3, kriegen dann eine Benachrichtigung. Und, äh, in dieser Benachrichtigung wird stehen, ähm, werden alle Namen drin stehen. Und dann können sie sich nämlich aussuchen, wer Bürgermeister von Fernweh wird. Und den Bürgermeister von Fernweh, den werden wir natürlich dann hier auch offiziell dann bald auf dem Servar, auf unserer Welt hier begrüßen und, äh, zu seinem Ort führen. Wenn wir ihn wiederfinden. Wenn nicht, kriegt er einen anderen. Nein, natürlich kriegt er Fernweh. Wir wissen ja, wo es liegt. Auch wenn wir es gar nicht auf der Map haben. Wir wissen ungefähr, wo es liegt. Ja, denke ich mal. So, okay. Äh, jetzt wird es wieder dunkel. Wir müssen aber schnell schlafen. Ich bin ein bisschen panisch, was das Schlafen angeht, denn, wie schon gesagt, in der einen Nacht waren hier ganz, ganz viele Zombienauten. Und, äh, ihr wisst ja, momentan sind meine Kampfeskünste ein wenig eingerostet, beziehungsweise noch nicht ganz ausgebildet. Auf das neue Kampfsystem. Versteht er? Äh, auf das neue Kampfsystem. Ich muss mal kurz was machen. Ne, ich dachte nämlich, das falsche Mikro wäre ein. Das wäre Katastrophe gewesen. Aber ist keine Katastrophe. Ist alles gut. Und man geht oft hier in dem Haus zur falschen Seite raus. Ich, also, ich gehe oft zur falschen Seite raus. So, jetzt haben wir hier unsere Samen. Jetzt muss der Inventory-Freak hier ganze Arbeit leisten. Und das sind relativ viele. Jetzt sehen wir die nämlich wieder an. Dann können die in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten hier wachsen. Und dann kann es noch mehr Borsche-Suppe geben. Total lecker. Alle freuen sich. Ähm, so. Pumpenstation läuft auch. Da hinten läuft das Wasser wieder ab. Das hattet ihr ja in der Folge davor, glaube ich, gesehen. Dass das Wasser auch wieder ablaufen kann. Ist also ein ewiger Kreislauf. Kommt also immer frisches Sumpfwasser hier rein. Das Gute daran ist, ähm, dass das dann halt nicht absteht und brackig wird. Und dann schmeckt hinter der Borsch brackig. Und alle sagen, oh, Mensch, Igor, dein Borsch schmeckt total brackig. Und das will er ja auch nicht. Der gute Igor. Der jetzt bald ein, äh, wohlverdienender Mann hier im Moor sein wird. Denn, ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn etwas Neues kommt, dann ist das erstmal übelst gefragt. Dann wollen es alle haben. Sozusagen. Alle wollen Borsch von Igor. Äh, wenn das dann ein paar Jahre alt ist und so, kann es sein, dass der, hier der Laden nicht mehr so gut läuft. Aber bis dahin hat er vielleicht schon genug Geld gemacht. Obwohl, der Borsch kann nicht sehr teuer sein. Denn die Bürger hier von Moorbrück sind nicht die reichsten. Und deshalb sollten wir auch ein wenig, äh, davon mit nach. Ach, ah ja, das wurde ja gesagt, ne. Wir sollen ein wenig was davon auf den kleinen Markt mitnehmen. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir hier ein 64er Stack und den hier. Nehmen wir mit auf den kleinen Markt. Dann können wir da nämlich auch, äh, rote Beete verkaufen. Das ist eine gute Idee. Habt ihr eine gute Idee gehabt? Muss ich schon sagen. Jetzt müssten wir eigentlich noch alles hier umräumen. Okay, das ist alles in Ordnung. Aber da haben wir keine Zeit zu. Das muss jemand machen, der sich damit auskennt. Äh, vielleicht irgendwann mal wieder ein Tagelöhner oder so. Der kann das machen. Okay, wir nehmen ein Stack mit. Das muss reichen. Und wir sollten noch ein Schild mitnehmen, damit wir das kennzeichnen können. Den Rest lassen wir einfach mal hier. Weil, äh, ja, weil wir es können. So, das lassen wir alles mal hier. Olle Spinnenauge, ne. Eine Änderperle. Eine Änderperle nehmen wir mit. Hm. So, alles klar. Haben wir alles, ne. Zur Abreise. Das Glas nehmen wir wieder mit. Das brauchten wir nämlich am Drei-Elben-Land-Palast. Deshalb hatte ich das ja eingesammelt extra. Äh, bevor wir hergekommen sind. Hatte ich noch irgendwas? Ach, hier 32 Knochenmehl. Und dann können wir hier doch auch gleich Knochenmehl rausmachen. Sind wir mal nicht so. Zack, machen wir am 38 Knochenmehl. Alles, alles gut. Äh, ja. Das war's. Wir waren mal wieder in Moorbrück. Auf Wiedersehen, Moorbrück. Hallo, äh, Resthundskrab. Ach ja, schön. Jetzt kann der Bordsch da wachsen. Auf Wiedersehen, Moorbrück. Und jetzt geht's gleich weiter. Anderer-Elben-Land-Palast. Aber erstmal, äh, halt erstmal mit der Pflicht, ne. Nicht die Kür, die Pflicht ruft. Mit der Pflicht. Und auch mit, es ist eigentlich eine schöne Pflicht. Es ist eine schöne Pflicht, die, äh, Drei-Elben, äh, beziehungsweise den Rat der Drei zu verkünden. Freut mich auch sehr. Dass die jetzt, äh, hier mit und über unser Schicksal unseres Landes entscheiden. Im Namen der Community. Das ist ganz wichtig. Ähm, im Namen der Community. Das ist ganz wichtig. Genau. Was ist denn das da von Baum? Ein Steinbaum. Langsam versteinern hier schon die Bäume, weil die ewig nicht gefällt wurden wahrscheinlich. Es ist ein recht weiter Weg. Ich hoffe, ihr geht ihn mit mir. Wie so viele lange Wege. Über all die tausend Folgen, die wir hier gemacht haben. Das ist das Hunskraber Vestor. Auf das wir jetzt zulaufen. Und das ist das Lied vom Powerplayer. Wer es nicht kennt. Das hat er extra mal, äh, für mich damals gemacht. Total cool. Habe ich mich riesig rüber gefreut. Freue mich immer noch jedes Mal, wenn ich es höre. Juhu. Wir sind am Markt. Hier ist ganz schön wenig los. Hier müssen wir auch nochmal wieder irgendwas machen. Hier muss auch noch was entstehen. Hier ist ja unser Garten der Künste. Da muss ich ja dann der neue Bürgermeister von Fernweh auch mit einem Denkmal, also mit einer Skulptur sozusagen verewigen. Das wird auch noch interessant, was er da baut. Ja. Ein Hunskraber ist soweit alles ruhig. Ein Huhn zieht einsam seine Kreise. Kreist einsam seine Ziege. Wie geht man hier hinten rum? Beim, ähm, Heldenheim hier bei unserer kleinen Heldensiedlung vorbei. Gucken wir, was hier so los ist. Ist auch ziemlich ruhig in Heldenheim. Ein paar Leute laufen hier rum. Beiseite. Hier ist immer viel los. Hier ist immer recht viel los. Äh, stopp. Wir müssen hier lang. Uah. Hallo. Ich bin wieder da. Else. Darf ich... Äh, oh, Entschuldigung. Verwechselt. Da oben ist Else. Habt ihr sie gesehen? Da oben ist sie. Was macht die denn da? Auf dem Balkon. Was macht die denn da? Mit wem ist die denn da? Ha, naja. Manche Sachen muss man auch gar nicht wissen. Ha, ha. Und du bist... Äh, Igor. Dein Bordschlein ist fertig übrigens. Er sieht richtig aus wie Igor hier, oder nicht? Äh, ja. Ja, du siehst auch aus wie... Ich weiß, du heißt Igor. Ah, meine Güte. Diese Neuhundskraber. Ha. Okay, ich gucke mal auf die Uhr. Oh, wir müssen uns eilen. Wir müssen uns mal wieder beeilen. Ah, wir haben den Bordsch nicht abgeliefert. Arrgh. Machen wir aber nächstes Mal. Verdammt. Den Bordsch. Wir haben den Bordsch nicht am kleinen Markt abgeliefert. Arrgh. Sind wir daran vorbeigerannt? Könnte sein, ne? Ich packe den erstmal hier in die Kiste. Der kommt aber dann zum kleinen Markt. Keine Panik auf der sinkenden Titanic. Wir brauchen mal Schilder. Ähm. Nö. Wir brauchen mal Schilder irgendwie. Ähm. Ja. Okay. Wir haben noch Schilder irgendwo, oder nicht? Welche kann Schilder? Nein. Okay, dann machen wir uns welche. Zack, zack. Ganz exklusiv jetzt für den Rat der drei Schilder gemacht. So, zack. Drei Stück. Passt ja. Ähm. Und dann gehen wir mal rein. Und, äh, ja. Es war jetzt noch... Äh. Kleine Lebensspende der Drachenwacht. Oh, cool. Grüße Delfino. Der hat meinen Ruf erhört mit der Lebensspende. Ich hab das ja schon in der Folge gesehen. Der hat jetzt aber das gar nicht mehr so auf der Kette. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Äh. Hauptmann Delfino von der Drachenwacht. Ähm. Das ist eine Geste, die man gar nicht genug schätzen kann. Sehr schön. Den nehmen wir uns mit nach oben dann. Eine nette Geste vom Hauptmann, äh, persönlich, von Hauptmann Delfino. Vielen Dank, lieber Hauptmann. Ähm. Ja, dafür müssen wir natürlich auch noch mal was machen. Irgendwann für ihn dann, ne. Also, beziehungsweise, wir müssen das mit dem Damm machen. Mit dem Deich. Äh. Und da mit dem, mit dem Wehr, dass seine Boote da durchfahren können. Da gab's ja so ein bisschen Ärger. Und das möchte ich ja nicht. Soll ja alles harmonisch sein hier im Dreiellenland. Aber gerade bei so einem kleinen Zwist, der da entstanden ist, sieht man ja wieder, wer seine wahren Freunde sind und wer, äh, mit wem man hier, äh, trotz einiger Nicklichkeiten, dann doch wieder, äh, zusammen das Dreiellenland beschützen kann. Also, ein Fehler muss ich erst mal ausgleichen. Den hier. Zack. Die Oma Luise hat nämlich gar keine vier Punkte. Die hat sechs Punkte. Das hattet ihr auch ganz fleißig in den Kommentaren geschrieben. Äh. Jetzt hat er fünf geschrieben. Oh Gott. Sechs Punkte für die Oma Luise. Und dabei ist es auch geblieben. Es kamen keine weiteren Einsendungen von den anderen Dreiellenlandern. Das heißt, das Endresultat ist, dass die Oma Luise, tadaa, ein, äh, Mitglied des Dreiellenland-Rates, beziehungsweise des Rates der Dreiellen wird. Dann der Messmeside mit fünf Stimmen auch ein, äh, Ratsmitglied wird. Und auch der Lord Regent der Nebelland, der Shadow Skulls, auch Ratsmitglied wird. Und jetzt gehen wir noch hoch und werden da, äh, ganz offiziell das Schild. Guck mal, da ist ja, hab ich das in der rechten Hand, in der anderen Hand, das Schild? Tatsächlich, guck mal. Hä? Das Schild anbringen. Das kann ich immer noch hiermit zuschlagen. Hoi, hoi, hoi. Und kann aber auch mit der anderen Hand das Schild halten. Hoi, hoi, hoi. Damit kann ich gar nichts machen. Das, äh, schwebt nur neben mir rum. Es ist ganz schön irritierend, wenn man etwas in dieser Hand hat. Kann ich das eigentlich auch mit der Hand da anbringen? Deswegen mal ausprobieren. Ähm. Ah, doch, das geht. Okay. Ähm. Jetzt überlege ich, schreibe ich dran, Rat der Dreiellen. Rat. Der. Drei. Ist das ja, ne? Oma Luise. Oma. Luise. Zack. Die kommt in die Mitte, die Oma, ne? Äh. Die Dame in die Mitte. Und die beiden Herren rechts und links. Ich hoffe, liebe Luise, dass die recht. Dann kommt hierhin der, äh, auch ein Mitglied des, des Rat. Der. Der. Helden. Äh, der. Drei. Helden. Drei. Drei Helden sind es natürlich auch. Mes-mi-sime. So war es doch, ne? Ne, Mes-mi-mes-me-saim? Moment. Habe ich mir das irgendwo aufgeschrieben? Gibt es hier irgendwelche Notizen? Hallo Sekretärin? Hallo? Ja, ich gucke nochmal. Wenn es falsch geschrieben ist, ändere ich das. Ihr braucht das nicht in die Kommentare schreiben. Fertig. Und der Lord Regent der Nebellante auch, gehört natürlich auch zum Rat der Drei und Shadow Skulls. Da ist er. Zack. Und da haben wir den Rat der Drei ganz hochoffiziell eröffnet. Und es wird dunkel. Verdammt. Herzlichen Glückwunsch von mir an euch, dass ihr jetzt zum Rat der Drei gehört. Euer, guck mal, das sieht aus. Rechten Hand, die Fackel in der linken Hand. Ah, da kann ich ja gar nicht die Leiter steigen. Ist klar, wenn man in einer Hand eine Fackel hat und in einer Hand ein Schild, dann kann man nicht mehr in die Leiter hoch und runter steigen. Also, meinen allerherzigen Glückwunsch an Oma Luise, an Mesmesheim und an den Shadow Skulls zum Rat der Drei. Und ja, die Folge ist auch vorbei. Und von dieser illustren Stelle hier sage ich, liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedergesehen. Auf Wiedersehen.